Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Freaky Finance YouTube Kanal. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Heute möchte ich ganz kurz auf die jüngsten Ergebnisse im Stillhalterbrief eingehen. Wir hatten am letzten Freitag, dem 19.03. einen großen Verfallstag, der sehr positiv verlaufen ist. Ich habe viel Feedback bekommen und deswegen möchte ich in diesem Video ganz kurz auf die verfallenen Trades und auf die Performance im Stillhalterbrief eingehen. Der Stillhalterbrief ist ein Signaldienst für eine entspannte und sichere Rendite mit Cash Secured Puts. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schau dir meine Produktseite an www.freakyfinance.net. slash der minus Stillhalter minus Brief. Dann findest du alle Infos inklusive, wenn wir hier weiter runter gehen, der aktuellen Rendite. Das wird immer hier aktuell gehalten. Die Trades sind hier unten zu finden, alle aufgelistet, der Reihe nach. Also du kannst dir die ganze Historie anschauen und aktuell mit den Trades, die wir gerade heute aktuell zum Zeitpunkt oder am Tag der Aufnahme hier eingegangen sind. Ich und meine Abonnenten liegen wir jetzt hier seit Start dieses Depots bei über 3.000 Dollar Prämieneinnahmen und der Start war Anfang November 2020. Also noch kein halbes Jahr alt, diese Idee, dieses Depot, dieser Stillhalterbrief. Und wir liegen hier bei über 3.000 Dollar Prämieneinnahmen bis jetzt. Warum sind hier Fragezeichen? Ich halte das Trading Logbuch für den Stillhalterbrief hier aktuell. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn, direkt nach Versand des Signals und Eingehen der aktuellen Trades hier reinzuschreiben, was wir getradet haben. Dann könnte man auf die Idee kommen, sich das Abo zu sparen. Dieser Dienst ist kostenpflichtig. Was es kostet, spielt man aber locker an Prämienverdienst wieder rein. Was kostet das Ganze? Das kann man hier anschauen. Verschiedene Abo-Modelle. Und ich möchte heute aber auf die am 19.03. verfallenen Trades, das waren nämlich sieben Stück an der Zahl, ganz kurz eingehen und dazu werfen wir einen Blick in unser Trading Logbuch. Denn dieses schöne Stillhalterbrief Trading Logbuch bekommen alle Abonnenten des Stillhalterbriefs dazu. Und dann habe ich hier mal vorgefiltert, geschlossen am, oder eben auch einfach verfallen in dem Fall, automatisch verfallen am 19.03. Das waren eben diese sieben Trades. Wir haben hier zwei Kontrakte auf Dropbox gehabt. Wir haben den Riot Blockchain gehabt. Baxter International, einmal ein MSCI Brasil, ein ETF, zwei Kontrakte, Tupperware und Campbell Soup Company, Las Vegas Suns, an den erinnere ich mich noch gut. Da gab es einiges zwischendurch. Während der Laufzeit ist der mal unter den Streik gefallen. Es gab viele Anfragen, um Gottes Willen, was machen wir? Der Trade läuft gegen uns. Und auch den konnten wir jetzt am Ende sicher nach Hause bringen. Insgesamt haben wir aus den nur am letzten Freitag verfallenen Trades die Summe von 787 Dollar hier vereinnehmen können. Das denke ich eine ganz ordentliche Zahl. Daran sieht man schon so über 100 Dollar im Schnitt pro Trade kommen hier zusammen. Wenn ich hier sieben Positionen hatte und 787 Dollar vereinnahmen konnte, dann ist das glaube ich ganz ordentlich. Die Gesamtbilanz kann man hier oben schön erkennen in diesem Kasten. Wir haben inzwischen realisiert 2.436 Dollar. Ja, durchschnittlich, wie eben auch schon kurz angedeutet, liegen wir immer um die 100 Dollar pro Trade, was wir hier an Prämien einnehmen. Der höchste lag sogar bei 197 Dollar und der mit der kleinsten Prämie, der lief bei 44 Dollar raus. Im Schnitt sind wir 36 Tage in einem Trade. Die durchschnittliche jährliche Rendite beleuchtet sich inzwischen auf stolze 25,8 Prozent. Die Gewinnerquote bei 100 Prozent. Das heißt, jeder einzelne Trade, den ich seit November im Stillhalterbrief-Depot vorgenommen habe, übrigens mit meinem eigenen echten Geld nachweisbar, in meinem eigenen Depot handele ich diese Trades und stelle das gerne auch zur Verfügung im Activity-Statement. Also das ist kein Fake, das ist kein, hier mach mal und schau mal, ob es gut geht. Da hängt mein eigenes Geld mit dran und von da habe ich natürlich erhöhtes Interesse daran, dass diese Trades auch funktionieren. Beim Start hatte das Wert einen Depotwert von 50.000 Euro. Offene und realisierte Prämien sind jetzt eben die angesprochenen über 3.000 Dollar. Wie kommt die kleine Differenz zustande? Hier sind schon in diesen ganzen Werten, sind die Transaktionsgebühren abgezogen automatisch. Die belaufen sich insgesamt nun auch schon auf 180 Dollar. Pro Transaktion, pro Kontrakt gekauft oder verkauft, wird hier pauschal mit 3 Dollar gerechnet. Das heißt, drüben im Trading-Logbuch, im Blog wird es ohne Gebühren dargestellt. Deswegen war dort die Zahl etwas höher noch. Aber das ist das, was real jetzt schon realisiert wurde, schon abzüglich der Gebühren. Und das ist, was hier an offenen und realisierten Prämien derzeit zu Buche steht. Also ich denke, das kann sich sehen lassen. Wie gesagt, schaut die Parameter an. Ich kann hier auch nochmal den Filter rausnehmen, damit man dann eben alle Trades auch sieht. Das ist diese ganze Latte, die es hier gibt. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das ist das Trading-Logbuch. Das sind die Zahlen, das sind die Fakten. Und warum erzähle ich das Ganze? Vielleicht interessierst du dich auch jetzt für dieses Abo-Modell, den Stillhalterbrief. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es jetzt im Laufe der Woche eine Osteraktion starten wird, wo es ein paar neue Abo-Modelle geben wird. Mit einer kleinen Vergünstigung, mit einem kleinen Rabatt kann man hier einsteigen im Rahmen dieser Osteraktion in den Stillhalterbrief. Wenn du schon Abonnent bist, auch der Hinweis, egal wie lange dein Abo noch läuft, du kannst es jetzt zu Zeiten der Osteraktion verlängern. Du verschenkst damit natürlich keine Zeit. Das, was du jetzt buchst, das Abo schließt sich einfach am Ende deiner bisherigen Laufzeit an. Das heißt, wenn du dich für einen weiteren Monat oder ein 6-Monats-Abo oder ein Jahresabo entscheidest, dann wird das natürlich erst effektiv, wenn ein altes Abo quasi abgelaufen ist. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, im Rahmen der Osteraktion etwas zu sparen. Wie das Ganze genau aussieht, von den Gebühren her oder vom Abo-Modell her, das wird im Laufe der Woche auf dem Blog bei mir auf www.freakyfinance.de bekannt gegeben. Behalte es im Auge, wenn dich dieser Dienst interessiert. Allen, die dabei sind, danke ich recht herzlich für die Unterstützung vom Anfang weg. Auch für das viele schöne Feedback, was wir jetzt hier bekommen haben. Und ja, da können wir stolz sein auf uns gegenseitig, dass wir hier so eine schöne Stillhalter-Community aufgebaut haben, erfolgreich unsere Trades nach Hause bringen und diese schönen Prämienvereinnahmen. In diesem Sinne bedanke ich mich, hoffe, dass der eine oder andere sein Abo dann entsprechend verlängert, so wie es ja auch aus dem Feedback hervorging. Und vor allem, dass wir neue Mitglieder in den Dienst hier aufnehmen können und in unserer Community hier begrüßen können. Ja, dann wünsche ich noch schöne Trades und hoffentlich bis bald. Euer Vincent von Freaky Finance. Bis bald. Ciao, ciao.